Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder Müsli und wie letztens schon gesprochen, werde ich heute mit euch mein Schokomüsli-Rezept teilen. Es ist einer von meinen Lieblings hausgemachten Müsli-Rezepten. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie auch die anderen Müsli-Rezepte, die ich mit euch schon geteilt habe, ist dieser auch sehr schnell vorbereitet. Es schmeckt super lecker, es hat viel Geschmack, es ist schön knusprig und ich liebe meine Müsli mit ein bisschen Joghurt, aber man kann die auch mit Milch oder Früchten genießen. Wenn du hausgemachte Müsli magst und gerne ein bisschen Abwechslung haben möchtest, dann habe ich mehrere Rezepte und ich werde die hier für dich auch noch verlinken. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht die Daumen nach oben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.